Tarapedia! Tara aus Saturday Night Fever erklärt dir die Welt. Heute, tanzen! Ja, also, tanzen muss man einfach üben, dass man welche Bewegungen bekommt, weil wenn man das nie macht, dann bewegt man sich wie ein Stock. Und es ist halt wichtig, dass man immer viel mit dem Arsch wackelt und so, weil die Männer stehen viel auf Ärsche und wenn man da mit den Armen will, um ein Tumfuchtel, das interessiert keine Sache.